Herzlich willkommen zum großen Jahresrückblick 2011 von Ahnungslos. Der Quizshow, wo Kandidaten gar nicht wissen, dass sie Kandidaten sind. Das System am lebenden Objekt. Können wir eine kurze Frage stellen? Was ist das noch mal? Die Berliner Mauer. Genau so sieht's aus. Das ist das Spielprinzip. Da muss man nicht mehr viel erklären. Herzlich willkommen zu Ahnungslos. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns. Eine Woche ist wieder um und zack, geht's weiter. Schmeckt's? Ja, lecker. Was heißt SPD? Was heißt denn das? Die Partei. Sozialdemokratische Partei. Deutschland. Ja! 50 Euro ist uns das wert. Kein Witz, für jede richtige Antwort gibt's mal Ahnungslos. 50 Euro ist das wert. Wir legen los. Und bitte. ARD Text im Auftrag von Funk